Am 27.10.2016 hat Aaron Troschke auf seinen Kanal HeyAaron ein Video hochgeladen, in dem er eine Wette verloren hat. Das Resultat, er musste sich eine Glatze machen. Diese Wette hat er allerdings bis heute nicht eingelöst. Auch ich habe zu diesem Zeitpunkt immer wieder Videos hochgeladen, in denen ich sagte, dass ich mir eine Glatze mache für eine Rolle. Aaron sagte, er macht es Dezember 2016, Januar 2017 in dem Zeitraum. Ich sagte, ich mache es im März. Leider hat es Aaron nicht eingehalten und auch ich bekam immer mehr Kommentare, in denen es hieß, Hör, das traust du dich doch eh nicht, du nimmst ja nur eine Latexkappe und so weiter und so fort. Und es kam sogar der Kommentar, du bist doch nur so ein Shitschnacker wie Aaron. Naja, ich sag mal so, hey Aaron, it's your turn.